Sass, die Pfusse, seit Menschengedenken, das wichtigste Geschirr in der Küche. Doch egal, ob aus Edelbratgut oder beschichtet, entweder man verwendet Unmengen an Gift oder das Bratgut bleibt kleben und haften und die Reinigung wird zum unappetitlichen Horror. Doch dann eroberte Keramik die Welt der Pfusse. Aber ein Problem bleibt, ist die Pfusse nicht heiß genug, verliert jede Speise den Geschmack. Und nicht nur das, ist eine Pfusse nicht richtig gereinigt, bilden sich gefährliche Salmonellen im Essen. Aber damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es die sensationelle Scheiße. Mit Griff verschwenden Sie nie wieder wertvolle FK, denn mit Scheiße, mit Griff wissen Sie ganz genau, wann Ihre Pfanne die richtige Temperatur erreicht hat. Und genießen Sie gleichzeitig alle Vorteile von Fett und Öl. Äh, 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 äh! SALNICH NE KINDCHE SEISEN FÜDD STOBIGNA-SCHI SASTEN HOF SE SIEDD HÈSNIONCH NARF-SERNUNEON HÄNNT BARRIER STAUNCHE Und ja PONNER METT-BEALP millions